Hast du gewusst, dass 95% der Menschen, die Kalorien zählen, innerhalb kurzer Zeit genervt sind und hören deshalb wieder auf? Und ich zeige dir heute, warum dieses mühsame Kalorien zählen absolut unnötig ist. Stell dir vor, ein Leben voller köstlicher Mahlzeiten ohne jemals eine Kalorie zu zählen, im Vergleich zu endlosen Diätplänen und Kalorientabellen. Ich weiss, das klingt unmöglich, ist es aber nicht. Das Geheimnis? Ein einfaches System, das sich auf nährstoffreiche Lebensmittel konzentriert und das Kalorienzellen überflüssig macht. Meine Kunden Antoinette und Helene sind nur zwei Beispiele von vielen, die diesen Wandel mit mir erlebt haben. Von mühsamen Kalorienzellen hin zu einer entspannten, gesunden Ernährung und einem Essverhalten, das die Kilos zum Purzel bringt. Keine Gelüste mehr nach Zucker und den hohen Kohlenhydraten. Kannst du dir vorstellen, diesen Wandel auch zu durchleben? Aber wie kannst du abnehmen, ohne Kalorien zu zählen und verbesserst dabei noch die eigene Lebensqualität? Es gibt einen entscheidenden Punkt, den die meisten beim Thema Abnehmen übersehen. Der aber essentiell ist, bitte spitz deine Ohren, denn das ist so wichtig. Nie zu hungern, sondern iss dich satt, aber vom Richtigen. Warum ist das so wichtig? Weil unser Körper ein cleveres System ist. Wenn er spürt, dass er zu wenig Nährstoffe bekommt, nicht Kalorien, Nährstoffen, schaltet er in den Sparmodus. Das bedeutet, er fängt an, Energie zu speichern, indem er Fettreserven aufbaut. Genau das, was wir beim Abnehmen verweiden wollen. Also, statt Kalorien zu zählen und dich mit kleinsten Portionen zu quälen, füllen wir deinen Teller mit Nährstoffen, die deinen Körper zufriedenstellen und gleichzeitig deinen Stoffwechsel ankurbeln. Also, jetzt kommen wir zum echten Geheimnis des Abnehmens, ohne dabei einen Taschenrechner für Kalorien zu missbrauchen. Ja, richtig gehört, abnehmen, ohne dass du das Wort Kalorien auch nur flüstern musst. Fülle deinen Teller zu drei Vierteln mit Gemüsen und Salaten, nicht als Beilage, sondern als Hauptzutat. Diese Nährstoffwunder sind nicht nur bunt und gesund, sondern auch perfekt fürs Abnehmen. Warum? Weil sie dich satt machen. Sie haben eine hohe Nährstoffdichte, ohne dir eine Last von Kalorien aufzubürden. Sie werden zu Verbündeten im Kampf gegen deine Kilos. Aber Moment, es wird noch besser. Der Säure-Basen-Haushalt klingt wie ein kompliziertes Chemie-Experiment, oder? Nein, aber in Wirklichkeit ist es dein Geheimkot zum Abnehmen. Zu viel säurehaltiges Essen wie Brote, Nudeln, viel Fleisch und oh je, Zucker. Und dein Körper muss im Übersäuerungsmodus Fett- und Wasserspeicher anlegen. Hier verlinke ich dir übrigens auch noch ein informativstes Video darüber. Diese Fett- und Wasserspeicher eliminieren wir mit dem basischen Essen, also Gemüsen, Salaten und Früchten. Aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt der finale Schlag gegen die ungewollten Kilos. Das letzte Viertel deines Telles gehört dem hochwertigen Eiweiss. Das Eiweiss sorgt nicht nur für Sättigung, sondern auch dafür, dass dein Körper nicht anfängt, Muskeln statt Fett abzubauen. Du wirst schliesslich Fett verlieren und nicht deine kostbaren Muskeln. Wenn du denkst, das ist langweiliges Essen. Keine Sorge, ich lasse dich nicht mit dem Salatblatt in der Hand stehen. Schnapp dir mein kostenloses Rezeptebuch und mein exklusives VIP-Video. Dort zeige ich dir alles, was du wissen musst, um effektiv und gesund abnehmen zu können. Und das Beste daran, du kannst sofort loslegen, ohne jemals wieder in die Nähe eines Kalorienzählers zu müssen. Hol dir jetzt mein Gratis-Rezeptebuch als E-Buch, das du dir kostenlos herunterladen kannst, mit dem Link in der Infobox und auch im ersten Kommentar und mein VIP-Video. Und dort erfährst du alles über mein System, respektiv Werkzeug und wie du endlich zu deinem Wolfegewücht und viel mehr Lebensenergie kommst.